Es ist Samstag, der 13. August 2016, 19.25 Uhr. Herzlich willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen aus Saarbrücken. Es ist Sommer, es ist Urlaubszeit und auch Fortuna scheint in Urlaub zu sein, denn das Lottoglück hat eine kleine Pause eingelegt. Aber davon lassen wir uns überhaupt nicht beirren. Bei uns im Studio sind die Lottokugeln und Ziehungsgeräte schon ordnungsgemäß kontrolliert und wir starten wohlgemut in eine neue Runde Lottoglück. Viel Glück und los geht's! Man könnte sagen, es gibt eine klitzekleine Jackpot-Flaute, denn weder bei Lotto 6 aus 49 noch bei unseren beiden Zusatzlotterien. Spiel 77 und Super 6 wurde der Jackpot angerührt. Es gab also niemanden mit einem Volltreffer. Und hier trifft Kugel Nummer 1 ein, das ist die 6. Und selten passiert es nur, dass unsere Zusatzlotterie Super 6 keinen Volltreffer zu bieten hat. Aber 16 Glücksjäger haben im zweiten Rang je 6.666 Euro abgesagt. 30 Lottozahlen Nummer 2. Und es gibt einen Tipper aus Hessen, den hat es sogar gefreut, dass bei Lotto 6 aus 49 kein Super 6 vorhanden war, denn er bekam für seine 6 Richtigen 2,6 Millionen Euro als einziger mit einem Sechser auf dem Schein. 28 Lottozahlen Nummer 3. Und beim Spiel 77, wie gesagt, auch ein unberührter Jackpot. Er ist angestiegen auf eine Million Euro. Im zweiten Rang hatten wir einen einzigen Gewinner mit 77.777 Euro. 39 die nächste Zahl. Eine Mitspielerin aus Leipzig, die hat ihr Lotto-Glück tatsächlich dem Tageshoroskop zu verdanken, denn das sagte Lotto-Glück voraus. Sie spielte und sie gewann tatsächlich 280.000 Euro letzte Woche. Die, was ist es, 14 als vorletzte Zahl. Tja, waren da höhere Mächte wohl mit am Werk. Vielleicht können diese heute auch wieder zum Einsatz kommen und Ihnen zu Ihrem Lotto-Glück verhelfen. Hier ist die 37, die 6. Lottozahl. Und das sind die aktuellen Gewinnzahlen im Samstags-Lotto. Nochmal in der Kurzübersicht. Und am Mittwoch eben gab es keinen Super 6er. Wir haben 9 Millionen Euro im Jackpot. Um die geht es jetzt. Und ich gebe die Ziehung frei für die Superzahl. Ja, 10 Kugeln in der Trommel und die kämpfen sich jetzt nach vorne. Eine davon wird gleich hier ins Röhrchen fallen. Welche gucken wir gleich. Wir haben 29,3 Millionen Euro insgesamt in der Ausspielung und 9 Millionen im Jackpot. Das heißt, hier kommt unsere 9-Millionen-Zahl. Und das ist heute die 2, die Superzahl des Tages. Und jetzt können Sie mitschreiben, hier sind alle Zahlen nochmal in der Reihenfolge. Bitte sehr. 6, 14, 28, 30, 37, 39 und die Superzahl 2. Jetzt kommen wir zu den Gewinnzahlen der Zusatz-Lotterien, die wir immer schon vor der Live-Ziehung ermitteln. Und da starten wir, wie gewohnt, mit dem Spiel 77. Das sind Ihre Zahlen zum Glück. Ich hoffe, Sie haben geholfen. Sie können alle Zahlen und Quoten auch nochmal auf lotto.de nachlesen. Ich darf mich jetzt ins Wochenende verabschieden, wünsche Ihnen auch noch ein wunderbares Wochenende. Und die nächste Runde Lotto-Glück gibt es am Mittwoch um 18.25 Uhr. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.